Wer träumt nicht davon? Auf Knopfdruck das schnelle Geld machen. Beim Glücksspiel ist das vermeintlich möglich und immer mehr Menschen versuchen ihr Glück dabei. Allein der Umsatz mit Spielautomaten lag 2015 bei über 5 Milliarden Euro, Tendenz steigend. Bei 450.000 Deutschen liegt das Spielverhalten allerdings im kritischen Bereich. Wenn ich so durch die Stadt laufe, sehe ich echt an jeder Ecke eine Spielhalle. Aber ich war ehrlich gesagt noch nie in einer drin und frag mich immer, was für Leute gehen da eigentlich rein und wieso ist Glücksspiel eigentlich so beliebt, wobei doch eigentlich jeder weiß, dass man da nur verliert. Oder stimmt das gar nicht? Ich begebe mich in die Welt der Spielotheken und des vermeintlich schnellen Geldes. Ich mache den Selbstversuch und probiere aus, wie viel Geld ich an einem Glücksspielautomaten gewinnen bzw. verlieren kann. Für mein Selbstexperiment habe ich mir ein Limit von maximal 100 Euro gesetzt, die ich verzocken will und noch eine weitere Vorbereitung getroffen. Ich habe mir eine versteckte Kamera besorgt, das ist eine Kamera, die ist hier in dem Stift drin und ich habe mir überlegt, die werde ich mir hier so in meine Brusttasche klemmen und dann filmt der Stift alles, was er da so sieht. Verrückt. Die Technik heutzutage. Filmen ist in den meisten Spielhallen nämlich eher unerwünscht, deshalb drehen wir verdeckt. Als erstes fällt mir die Beleuchtung auf. Das Licht hier ist auch so ein bisschen kitzelnd. Soll ich da jetzt einfach mal Geld reintun? Du kannst auch hier, glaube ich, Autostarten machen, dann läuft das von alleine. Das ist auch gar nicht so stupide, ne? Einfach nur draufdrücken. Das muss doch was sein. Ja, ja, das ist doch auch. Wow, ein Euro. So richtig verstehe ich den Automaten noch nicht. Das sieht auch ein anderer Spieler und erklärt uns mal kurz, wie man die Leiter hochdrückt. Ne, ne, ihr müsst dann auch hier rot drücken. Achso, nicht Start. Achso, ja, hier, so und dann hier drauf drücken. Okay, okay. Okay, wir sind erstmal hier, wie man merkt. Komm, Autrix. Wieder verkackt, ne? Du trinkst doch richtig, Mensch. Ja, ohne Scheiß. Ich hab auch das Gefühl, ich drück. Ja, aber es ist schon krass. Dieses Hochdrücken, das macht schon Bock. Also wenn es funktionieren würde. Weil dann kannst du so schnell aus irgendwie einem 50 Cent Gewinn auf einmal so einen super krassen Gewinn machen. Ich mein, wenn wir jetzt gleich bei 10 Euro oder so rausholen, dann haben wir einfach verdoppelt. Junge. Soll ich jetzt Risiko machen oder nicht? 10 Euro, super, ja. Nehm die, nehm die, nehm die. Nimm die, nehm die. Nehm die, nehm die. Nehm die, nehm die. Start, weiter. Krasser Schall. Dann lass doch jetzt gleich mal bei 25 Euro rausholen. Aber es ist ja fünffacht. So, Fazit. Erstes Mal Spielothek. Hat ganz gut funktioniert. Also ich hab meinen Einsatz von 5 Euro, ich hab echt nur 5 Euro gesetzt, verfünffacht. Und das relativ schnell, ähm, ja, macht Bock. Also ich kann schon ein bisschen jetzt den Reiß nachvollziehen, jetzt schon, nachdem ich einmal da war. Also ich glaube da kann man echt sehr, sehr schnell in diese Sucht rauskutschen. Auf jeden Fall. Gerade wenn du, äh, gerade wenn du ganz am Anfang viel gewinnst so, dann denkst du, okay, das passiert mir jetzt immer so. Ja. Dann gehst du immer wieder rein. Aber irgendwann denkst du, nein, das ist nicht so. Aber dein Kopf sagt immer noch, ah, guck mal, ganz am Anfang war es aber so gut. Das kann wieder so sein. Dann gehst du immer wieder. Nach meinen ersten Glücksspielerfahrungen möchte ich mit jemandem reden, der so eine Glücksspielsucht durchgemacht hat. In einem Kölner Hinterhof treffe ich Ufug. Mit ihm bin ich über mehrere Ecken in Kontakt gekommen. Er ist 28 und hat 5 Jahre gespielt. Drei davon war er spielsüchtig, wie er selbst sagt. Da er in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen damit gemacht hat, offen über seine Spielsucht zu sprechen, möchte er lieber unerkannt bleiben. Es ist schwer das nachzuvollziehen. Es kann wirklich mit 40 Cent oder 60 Cent Kleingeld anfangen. Am Anfang habe ich es aus finanziellen Gründen gemacht, aber irgendwann fängst du an, wirklich einfach zum Stressabbau. Denn wenn dieser Scheißautomat dir anfängt, Freispiele zu geben, ja, das ist für mich besser als Sex gewesen, ohne Scheiß. Jetzt sagen die Leute vielleicht, ja, da hast du wahrscheinlich schlechten Sex gehabt. Nein, es war gigantisch. Das Gefühl, das kann ich mit Worten beschreiben. Dann bist du jeden Tag gegangen? Jeden Tag. Ich war jeden Tag acht Stunden, habe vier bis sechs Automaten gleichzeitig besetzt und mache dann halt acht bis zwölf Euro pro Sekunde. Ich habe am Tag so 500 bis 1500 Euro verloren. Und wie viel hast du so insgesamt verzockt? Ich weiß es auf die Zahl genau, weil ich war bei meinem Steuerberater und der hat mir uns gesagt, laut Barabhebung habe ich circa 324.000 Euro verloren. Glaubst du, dass die Spielhallen-Mitarbeiter wussten, dass du spielsüchtig bist? Viele, ja. Und ich weiß auch, dass viele das ausgenutzt haben. Für mich waren sie immer besonders nett. Diese persönlichen Gesten, verstehst du? Nee, der trinkt seinen Kaffee nur mit Milch. Ist das nicht eigentlich auch super-assi, dass man Leute quasi noch weiter in ... Das ganze Konzept ist asozial. Gefickte sind im Endeffekt nur die einfachen Burger. Und es gibt immer mehr Spielhallen, immer mehr Süchtige. Es kann nicht gut enden. Das müssen wir unterstreichen. Es kann nicht gut enden. Die weltbesten Psychologen der Welt haben an diesen Spielautomaten gesessen. Wer in Gottes Namen bist du, dass du denkst, dass du den Automaten überlassen kannst? Wie hoch die Gewinnwahrscheinlichkeit an einem Spielautomaten genau ist, ist schwer herauszufinden. Teilweise lese ich etwas von circa 60 Prozent, was im Endeffekt bedeuten würde, dass ein Spieler im Durchschnitt 40 Prozent seines Einsatzes verliert. In der Spielverordnung ist aber nur geregelt, dass der Gewinn an einem Spielautomaten pro Stunde nicht höher als 500 Euro und der Verlust maximal 80 Euro sein darf. Anderer Tag, andere Spielhalle, zurück zum Selbstversuch. Diesmal werden wir immerhin nach unseren Ausweisen gefragt. Ich beginne wieder mit 5 Euro. Nachdem die aber sehr schnell verspielt sind, werfe ich nochmal 2 Euro nach. Irgendwann lande ich dann immerhin bei 6 Euro und beschließe zu gehen, bevor ich noch mehr verliere. Ich habe ziemlich schnell irgendwie die 5 Euro, die ich am Anfang gesetzt habe, verloren. Also zwischenzeitlich habe ich die verdoppelt. Aber das ging super, super schnell und dann war ich wieder bei wenigen Cent. Das ist verrückt. Irgendwie man wird so, man hat halt das Gefühl, man muss das, was man gerade verzockt hat, irgendwie wieder reinholen. Ich wollte eigentlich nur 5 Euro verspielen und habe halt dann nochmal 2 Euro gesetzt, weil ich dachte, okay, ich will wenigstens das, was ich gesetzt habe, wieder rausholen. Was ziemlich dumm ist, weil wenn man sich so ein Limit setzt, dann sollte man dieses Limit ja einhalten. Ich merke langsam, dass Glücksspiel ziemlich gefährlich werden kann. Um herauszufinden, wie gefährlich genau, fahre ich zur Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und treffe dort Markus Banz, der Präventionsarbeit zum Thema Glücksspielsucht leistet. Wir haben beim Glücksspiel häufig einfach eine Selbstüberschätzung. Wir reden von einem Glücksspiel und nicht von einem Geschicklichkeitsspiel. Das heißt, das Glück entscheidet tatsächlich und es geht um eine ganze Menge Geld. Besonders riskant wird es dann halt auch, wenn ich im Bereich gehe Online, Poker oder Sportwelten zum Beispiel, wo einfach die Spieler meinen, eine gewisse Expertise entwickelt zu haben und ein gewisses Können entwickelt zu haben. Auch dann, ja, das Glück entscheidet immer, egal welches Spiel. Dieser Kick, der beim Spielgewinn entsteht, das ist halt etwas, wo ein Teil der Bevölkerung halt einfach nicht mit umgehen kann und dann auch im Grunde Gefahr läuft, im Glücksspiel hängen zu bleiben. Glücksspiel ist im Grunde sehr, sehr präsent in unserer Gesellschaft. Sei es jetzt im städtischen Bereich, aber auch im ländlichen Bereich. Genau, man sieht ja im Prinzip an jeder Ecke eine Spielhalle oder ein Bettbüro. In den Kneipen stehen teilweise Automaten. In den Bars, kleine Automaten, die ich spielen kann. Und wir sind natürlich jetzt auch in Zeiten des Internets angekommen und im Internet ist Glücksspiel 24 Stunden verfügbar, dauerhaft. Für jemanden, der dann tatsächlich glücksspielsüchtig ist, ist es natürlich die Verlockung im Grunde. Überall lockt das Glücksspiel. Ab wann gilt jemand als glücksspielsüchtig? Im Grunde an erster Stelle, wenn ich mehr spiele, als ich eigentlich möchte. Wenn häufig Streits zu Streits kommt mit Freunden und Bekannten oder der Verwandtschaft über das eigene Glücksspielverhalten. Wenn ich Schulden mache oder bereits Schulden habe und weitere Schulden aufnehmen oder vielleicht sogar stehle. Arbeit vernachlässige, meine Hobbys vernachlässige, Freunde vernachlässige. Das sind alles so Bereiche, wo ich natürlich dann schon im Grunde im kritischen oder süchtigen Bereich mich dann halt befinde. Genau diese Anzeichen hat auch Ufug bei sich bemerkt. Ich habe die Schule geschmissen, ich hatte auch noch mein Abitur angefangen. Alles hingeschmissen und einfach nur, ach, die Kohle kommt schon irgendwie rein. Wie hast du dann die Entscheidung gefasst, irgendwie zur Therapie zu gehen? Ich habe einen besten Freund, der meinte irgendwann, ey, pass mal auf, das geht langsam zu weit und entweder du hörst auf mit der Scheiße oder das war's mit uns. Ich habe danach noch weiter gespielt, weil ich dachte mir so, was will der Affe von mir, als wir das sein gilt, was ich da verspielt. Aber ich habe den Kern dahinter verstanden. Und wie war das in der Therapie? Die Therapie bringt nichts, das kann ich so schon mal sagen. Ich habe am Anfang einfach nur angefangen, die Tage zu zählen. Boah, jetzt hast du schon seit sieben Tagen nicht gespielt. Jetzt hast du schon seit zwölf Tagen nicht gespielt. Und irgendwann merkst du einfach nur das Datum. 23.04.2013. Hast du aufgehört? Ja. Du musst einfach dein Umfeld wechseln, irgendwas finden, womit du Stress abbauen kannst. In meinem Fall waren es halt Freunde und Fußball. Wer in diesen Maßen spielen geht, ist einfach nur mit seinem Leben unzufrieden und kann keinen Stress abbauen. Das heißt, wie sieht so eine professionelle Hilfe aus? Also wie kann Spielsüchtigen geholfen werden? Im Grunde, wenn sowas zutrifft, ist es ganz entscheidend, dass man sich sehr rasch professionelle Hilfe sucht. Man muss erst mal sagen, dass Spielsucht ja eine Krankheit ist. Und von daher gibt es natürlich verschiedene Anlaufstationen und Möglichkeiten, wie einem geholfen werden kann. Im Internet bietet die BZGA zum Beispiel verschiedene Infomaterialien zum Thema an. Außerdem gibt es Selbsthilfegruppen, sei es bei Facebook oder den anonymen Spielern. Ob das eigene Spielverhalten schon im kritischen Bereich liegt, kann man mit einem Selbsttest auf der Seite Check Dein Spiel herausfinden. Also wenn man wirklich Glücksspiele spielt, sollte man einfach regelmäßig auch auf solche Tests zurückgreifen, um einfach frühzeitig im Grunde tätig werden zu können, wenn man merkt, das wird kritisch. Neuer Tag, neues Glück. Es geht mal wieder in die Spielhalle. Und ich bin sehr gespannt, wie es heute läuft. Okay. Diesmal beginne ich mit 10 Euro Einsatz. Weit komme ich damit, aber nicht. Hey krass, ich habe jetzt schon fast 10 Euro verspielt. Innerhalb von zwei Minuten. Ja, ich auch. Ich erhöhe den Einsatz und stecke einen weiteren 20er in den Automaten. Wenn man nicht gewinnt, macht das auch gar keinen Spaß. Eine Mitarbeiterin fragt mich, ob ich etwas trinken möchte. Die Getränke kosten hier gerade einmal 50 Cent, sind also echt billig. Kommt mir ein bisschen so vor, als würden Spieler so motiviert werden, länger am Automaten zu bleiben. Aber das habe ich ja heute sowieso vor und bestelle mir einen Orangensaft. Wie apathisch sitze ich vor dem blinkenden Automaten und drücke immer wieder auf den Startknopf. Läuft heute aber irgendwie eher schleppend. Ist das frustrierend? Ja schon, ne? Doch dann auf einmal das. Ich bin da noch bei 20 Euro hochgekommen. Ich bin die. Kein Punkt. Nicht. Nicht. Krass. Nach einer Stunde macht der Automat dann auf einmal Pause. Das ist so vorgeschrieben. Ich habe aber ehrlich gesagt gar nicht gemerkt, dass wir hier schon so lange sitzen. In der Spitze kann man schon mal nicht gut verlieren. Noch ein paar weitere Runden, aber irgendwie verliere ich nur noch. Also beschließen wir zu gehen. Die letzten paar übrig gebliebenen Euro nehme ich natürlich mit. Ja, diesmal lief es leider nicht ganz so gut. Ich habe insgesamt heute fast 60 Euro verloren. Also ich habe mit 10 Euro angefangen, dann nochmal 20 Euro reingeschmissen und dann nochmal 20 Euro. Und es geht super schnell, dass das Geld dann weg ist. Und es ist nicht so, als würde man nur verlieren. Zwischendurch habe ich echt richtig hohe Gewinne gehabt. Aber mit einem hohen Einsatz ist das dann auch super schnell wieder weg. Und ich muss sagen, das fühlt sich echt ein bisschen beschissen an. Also ich fühle mich irgendwie ein bisschen dumm, weil ich denke, dass wenn ich irgendwie anders gespielt hätte oder das Geld früher rausgeholt hätte oder so, dass ich dann ja nicht so viel verloren hätte. Fazit ist insgesamt, dass ich 40 Euro verloren habe. Also klar, beim ersten Mal 20 Euro gewonnen, aber jetzt beim letzten Mal 60 Euro verloren. Also von den 100 Euro sind jetzt nur 60 übrig. Nachdem ich jetzt ein paar Mal in der Spielothek war, kann ich den Reiz am Glücksspiel auf jeden Fall nachvollziehen. Man hat super schnell kleine Erfolge und hat zumindest das Gefühl zu gewinnen. Langfristig gesehen kann man aber nur verlieren. Und es geht super schnell, dass man in eine Abhängigkeit rutscht und so wie Ufug sein komplettes Geld oder sogar noch das Geld von anderen verzockt. Fazit nach meinem Selbstexperiment. Reich wird man durch Glücksspiel definitiv nicht. Wenn man sein Geld vermehren möchte, kann man es, anstatt es in Spielautomaten zu werfen, auch einfach anlegen. Wieso Geldanlage zum Beispiel besser als Lottospielen ist, seht ihr in der Webserie Ach du Liebesgeld von DWS Investments. Habe ich euch natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. DWS Investments haben mich übrigens bei diesem Video hier unterstützt. Vielen Dank nochmal dafür. Ohne die Unterstützung wäre es nämlich nicht möglich gewesen, die Videoidee so cool umzusetzen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!